Hallo und Willkommen zur Folge Let's Play Golf with your friends und... lol Wir spielen eine, das ist die erste, nicht Standard Map, die wir spielen. Bin gespannt, was uns erwart... Ich glaube, mein Game freest. Die Musik ist immer schön... Okay. Ich habe bestanden. Ja, wir haben ein Werting von Players. Alles gut. Das sieht aber... Okay, James. Ja? Das sieht einfach aus. Oh, das ist es auch! Hall in One! Ich auch. In zwei. Hä? Wie ist das möglich? Ich habe nicht einen Schuss verab... Neun. Das Spiel hasst mich. Scheiß, das Eis! Das Eis... Gab es aber schon mal Eis? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist die erste Eis-Map. Clickbait, Eis-Map gefunden, Lul. Aber ich bin mit einem Punkt. Achso, steht momentan 5 zu 2 für mich. Okay, das sieht einfach aus. Und ist es nicht. Wow. Ich habe es auch zu einfach genossen gerade. Oh, James! Ja, meine Nase! Die ist verwirrt. Verwirrt. Alter! Was ist hier der Plan? Scheiße! Lol! Das habe ich nicht erwartet. Du? Niklas? Ja. Achso. Ich bin da. Ich war gerade fasziniert. Was? Oh, die Möglichkeiten jetzt. Das ist eine schöne Map. Was ist hier der Plan? Ach. Kickshot. Hä? Das war ein super Trickshot, oder? Ich bin drin. Na, wo bin ich hier gelangt? Ich glaube, hier gibt es alle Wege. Ja, genau! Der Gang ist so eine Scheiße! Warte mal. Wie soll das gehen? Alter Falter. Oh. Du hast voll was schweres. Ich habe irgendwie was einfaches bekommen. Du hast voll was schweres. Ich habe irgendwie was einfaches bekommen. Nein! Steh dir! Oh! Was? Was? Ne, du hast aufgegeben. Also, ähm, zu viel gebraucht. Ist das nicht einfach, wenn man hier ins Loch geht? Ich weiß es nicht. Es ist, ob das Loch, weil da keine Flagge ist. Okay, zu viel ist zu viel. Okay. Aber es ist eine schöne Map. Macht Spaß. Es geht auch ohne dieses komische Ding. Okay. Die Lage checken. Ach, jetzt kommt der Kack hier. Okay, James. Bläu. Bläu. Bunny Hopp. Ach du Scheiß, man. Bläu. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach draufgesprungen und dann, keine Ahnung. Chips! Du hast ihn allen übersprungen, ne? Ja. Ja. Jawohl! Geil. Äh, was? Hä? Okay, das verstehe ich jetzt auch noch nicht. Äh, was? Die Map verwirrt mich dezent. Ach, du kannst da rechts in diese Löcher rein. Oh mein Gott. Oh! Warum so smart? Das wird da eine Runde, aber die Map ist schön. Die ist mega geil. Leute, was sind das für Elemente, wie cool. Ich glaub's nicht, ich hab ein Hole in One. Ehrlich? Nee, nicht. Ich glaube nicht. Aber das wär gebraucht als ich. Leider. Oh. War scheinbar richtig, oder? Oh. James! 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 Beschreck mich doch nicht so, du Arsch. Wow. Noch 15 Punkte. Ah, nicht klar. Ja. Hey. Niklas? Ja. 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 Was machst du? Ach. Mathematische Berechnungen, ja? Ja, ich weiß schon, wie viel. Ich muss nur lernen, richtig zu treffen. Der trifft einfach nicht so, wie ich will. Das klappt wunderbar. Oh. 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 Getroffen. Mit einem Versuch. Netter Versuch. Wow. Hi. Muss das sein, wo das Spiel, was ich gerade gemacht hab. so viele coole farben blöb ist drin war nicht ja ich komme näher james oder weiter weg auch mama mia santa maria ok ok ma alter das ist nicht das ist schwer du bist einfach zu schnell wenn du darunter fällt was soll man sonst machen so wie ich bitte ach komm sie traurig aus ja custom games äh custom server sind wohl meins jetzt kommt die punkte äh was zuhör ah wird falsch okay das wird wieder skill ach das geht auch das wird ein klarer sieg von dir die runde ich sehe sehr was an mir passiert james james ja james das ist ein witz das ist nicht deine map oder nee gar nicht äh ach du scheiße in ein du ein bläu ich hab's auch du das war gar nicht so schwer dann sah schwerer aus ich dachte das wäre aber voll krank alter dahin genau hierhin wollte ich ja mit der stimme oh mein gott das ist cool ich liebe sowas da sollten sie auch mal in richtigen maps hinzufügen finde ich also vom spiel hinzufügen ach du kacke voll in one was da los ja ich fall wieder runter ja ich lass okay das war zu viel aber es ist schön von der map ausgeschissen oh mein gott das hat weh jetzt kommt doch ich hab meine motivation merkt man das ja alles scheiße jetzt geht trotzdem keine chance mehr für mich zu gewinnen also ich mach heute waren und du jetzt in sag schnell in 14 oder hier ist nicht ziel ich hab den fehler verstanden den wir gemacht haben aber es heißt fehler wir sind irgendwie nur ok james wenn du jetzt alles verkackst haben wir gleichstand glaube ich wenn meine mathematischen berechnungen stimmen wenn du alles jetzt verkackst haben wir gleichstand lol will ich nicht zulassen will ich nicht zulassen oh james oh oh nein nein oh was sei dank du hast schon hohen krebs gekriegt alter james nein bitte mach nicht oh ja ich hab Hoffnung gehabt ja ich hab's Baby was auch voll du machst die ganze Zeit vorne ne ich hab ne du ich sag kurz ich hab ich hab damit steht es jetzt 6 zu 3 ja moin ding wenn ich jetzt also ich muss sagen ich wollte jetzt die Runde echt ein bisschen angepisst wenn ich dann aber aufs Endergebnis zu gesteckt 6 zu 3 bin ich eigentlich nur voll zufrieden ja ja na ja da james hat gewonnen wieder meine Aufnahme gewinnen und also egal äh 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 Juju 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 Juju